ja ich bin so einer der dauer aufnimmt und jetzt macht die auf meine kamera ich wette die hören die leute in der aufnahme hören uns bereits aber irgendwie spinnt das ding das ist halt die nackte wahrheit ja jetzt ist die kamera aber da herzlich willkommen zu einem fail let's play zu csgo weil ich einfach kacke in csgo bin wer ist das nicht naja wenn jede zweite lobby halt eine runde hacker bedeutet deswegen ja runde startet ein spielbeginn und gewehre und das hier und ich weiß jetzt gar nicht bin ich bei plant the bomb oder was macht sein eigenangriff was ich sagen wollte ich habe aber keine aufnahme zum beispiel gestartet trotzdem steht bei mir aufnahme ja wie gesagt bei mir steht jetzt immer bei mir das kostet boah der wahnsinn alter da steht einer meiner mates und was ist ich habe geholt und ich habe wieder geholt in so einen wub in csgo und da guckt er mich an deswegen spiele ich das spiel nicht so gerne ich wäre jetzt lieber bei dings dabei wie heißt das bei plant the bomb schade gta wär cooler plant the bomb also das klassische 5 gegen 5 aber ich weiß nicht warum ich nicht den spielmodus jetzt anwählen kann sondern ständig in dieses rüstungs match komme da kommt man da auch in eine offene lobby oder sowas ja ja das ist scheiße finde ich also in angefangenen games kommt es ist richtig gut genauso bei cod genau derselbe dreck aber warum die frage der übrigen die stelle ich dir da mal privat zack headshot du kannst doch nicht schneller sein als ich das ist nur ein ding aber jeder ist schneller wie du jedenfalls im bett ja und der holt mich der war jetzt wirklich gut undurchtach ja kein eigenes ne ohja du hast es richtig drauf aber nicht im bett wenn ich es jetzt nicht drauf habe lassen wir mal dahin gestellt aboid rose willkommen im stream wie gehts wie stehts grüße zurück nach rottweil oh ich bin nur an verrecken dominiert sie weil keine ahnung ich finde es gut dass du dich selbst als noob bezeichnest man soll ja auch selbst über sich mal lachen können ne ja nee ich sag zwar selbst noob aber ich reg mich eigentlich auf weil es nicht läuft weißt du wenn ich im css bin bam 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 dann mache ich so eine 100er serie locker ohne also ich sterbe höchstens 2-3 mal also ok ja und er holt mich natürlich so aber csgo ich treff nicht awoid rose wie gehts wie stehts aber was sagst du denn ich stehe direkt vor mohamed aber vor mohamed ja der nannte sie mohamed ali aber mohamed wollen nicht sterben warum auch immer das ist ein punkt den ich an steam zum beispiel total hasse ja dass man seinen namen ändern kann aber das hatten wir ja auch schon das thema ne ja das heißt namen ändern ne aber ja doch das thema hatten wir schon ja wenn eine message kommt du hast freunde ich habe keine freunde weil ich nie eine nachricht bekomme ja das ist ja eher so ein gestöhntes oh mitleids ohhhhhh ist das jetzt aber wirklich krass mitleids ohhhhhh ja ich ah das ist ja eher so ein gestöhntes ohhhhhh oder was ist halt eine beurteilung oder was ist halt eine beurteilung messer ich denke ich das ist ja nicht ich glaube ich darf noch streiten damn alter headshot ja jo mit der AK holt er mich von zwei seiten ich gehst ja schon eingeschlafen ja 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 ich steh direkt vor den schief spray mehr auf ihn als wie ich meine meine freundin jemand besamen könnte aber ja haut er raus zwei geholt nein direkt zwei auf einmal geholt so ich schaffe es noch ins Ziel diesmal hahaha ausgetrickst ausgetrickst ey das war wirklich in letzter Sekunde diesmal schon wieder mit der headshot er wollte doose oder rose wie wie wird dann mal ausgeschrieben nach dem Video rausgesprochen ich war wegen du auch nicht geschült er wollte roose ja komm das rennen ist schon nicht schlecht muss man schon gestehen hm ja mach' mal na das können die ausgebilden durch die mut an die droben nun einmal zu und droben nicht das ist die perfekte musik drauf jetzt machen und nein wir nehmen diesmal nicht am tag definitiv nicht von uns level machen natürlich ein der holt ihn oder? lucky? du bist heute an den on streamen länger als sonst ja nur wenn du jemanden hast normalerweise bist du doch gegen 5 am handel ja klar aber er holt den on streamen heute ist aber weekend dann kann ich ein bisschen länger weil die kids ja auch ein bisschen länger schlafen bis jetzt sind sie natürlich noch nicht wach ey ich wäre normalerweise schon 34 wach gewesen power rangers time power rangers ja früher als ich so vier sechs jahre alt war da liefen die power rangers die uhrzeit du weißt dass wir früher ne kaiser hatten ja was ne kaiser hatten ne kaiser hatten ne kaiser hatten ja ich treff ihn kopf ja aber er holen mich soll äh ich glaub du würdest mich rollen wa hoffen vergiss es nicht mit mir ey würdest du dich verarschen alter du ich flieg am checkpoint vorbei 1mm daneben das ist blumen verarschen 1mm 1mm ne ich machs warum macht der mate denn nichts ach du ist auch dran vorbei geflogen ach man und er jammt in meinen shot rein möchtest du meinen namen haben lucky schuss ne soll ich mir mal ausleihen ja das ist der glück damit headshot ich muss meinen aim verlangsam ihr müsst nicht einschlafen ihr könnt ruhig schreiben ich hab ein kleiner chat schlafen ein ja von wo sing dir erstmal schlafen ein kleiner chat schlafen ein alles klar gönn dir von osterhasen ehrlich ich dachte vom weihnachtsmann ne weihnachtsmann bin ich nicht so ein fan von ich mein hasen sind süß ja bei weihnachtsmann ist es der fahrt nicht so oder es ist doch das alter zu jung wow wieder zwei geholt yeah ich gut in wochen ob ich sie nicht so von hoher und allgemein ich weiß nur die wieder aus Keks und wir würden uns nehmen wie konnte mich von mit und jah klar die mit deiner Spuren AK ich schlafe gleich alles wo muss er ein Stand-Lüge Instant 10 Stunden stream macht das denk ich mir auch mal so wenn ihr Musikwünsche habt Ausrufezeichen Request Song und den Link von Youtube in den Chat eingeben welche Songs jetzt aktuell in der Liste sind erfahrt ihr unter Ausrufezeichen Songlist Terroristen haben gewonnen naja das war dann die Runde ich hab ne Kiste ich hab ne Kiste yeah meine erste Kiste im CSGO wie scheiße ist das ja jetzt musst du nur noch das Geld zum öffnen haben ja 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 ja